Grüß Gott und herzlich willkommen im Wirtshaus Zweite Heimat hier auf der Golfanlage in Ullersdorf. Wir freuen uns riesig, dass wir heute wieder mal was mit Topfgucker TV machen dürfen, nachdem wir das im letzten Jahr zu unserer Eröffnung schon mal angeschoben hatten. Da gab es eine Spezialität von uns, Käsespätzle. Ja, und leider ging dann lange Zeit nichts mehr. Schon kurz nach der Eröffnung, Lockdown, dreieinhalb Monate zu, dann durften wir endlich nochmal vier Monate arbeiten. Ja, und dann war acht Monate Stillstand. Ganz furchtbar und schlimm für uns alle, weil wir wirklich überhaupt nichts machen durften. Jetzt, bei sinkender Inzidenz, aktuell im Landkreis Bautzen 2,0, haben wir wieder geöffnet und dürfen hier oben an diesem wunderschönen Platz wieder Gäste verwöhnen. Und jetzt haben wir uns heute gesagt, einfach auch mal was anderes machen. Das heißt, wir wollen jetzt etwas im Dessertbereich tun. Eine unserer Spezialitäten, selber gemachter Kaiserschmarrn. Und dazu präsentieren wir eine sommerliche Beilage, nämlich ein Rhabarber-Erdbeer-Ragout. Und für alle, die dann manchmal nicht so richtig wissen, was sie dazu trinken wollen, von unserem Weinpartner Belvini, die besten Weine im Netz, gibt es heute zwei verschiedene Getränke dazu, einen Stillwein und einen Schaumwein. Lasst euch überraschen, wir gehen jetzt in die Küche und kochen einfach mal los. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de